So, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Demon Rummel Arena! Ja, wir spielen als nächstes mit Impmont. Ich möchte unbedingt mit Impmont spielen, ich weiß nicht wieso, aber ich spiele jetzt die Kampagne mit Impmont und Billzemon! Bei dem und bei den Beelzemon kriegen wir. So, ich bin jetzt mal gespannt hier mit Impmont, wie das hier vonstatten geht, was ihr für Attacken habt und whatever. Wenn ich ehrlich bin habe ich als kleines Kind nie gecheckt, wie ich die Charaktere falsch halte und spiele so zum ersten mal nach locker? Wie alt bin ich jetzt? Ich werde jetzt 20. Sagen wir mal 15 Jahre. Okay, was kann er denn alles hier, der kleine Mann? Okay, so eine Flamme kann der. LOL, Eis zu, Dinger. Wie geil ist das denn? Da bin ich mal gespannt. Wir digitieren uns jetzt gleich. Wenn ein Argument sich digitiert hat. Boah, ich bin richtig gespannt auf Belsamon, Mann. Ich bin richtig gespannt. So, jetzt kommt Belsamon Blast Mode. Boah, geil. Da geht mir doch schon direkt einer ab, wenn ich das sehe. Boah, der kriegt ja kaum Damage, ey. Sollen wir mal gucken, was seine K.O. Attack ist? Boah, nice. Boah, wie geil ist das denn mit Belsamon, Mann. Geil. Boah, nice. Mit Im-On-On, auch richtig geil. Rumble. So, hier. Boah, der macht echt Damage der Im-On. Boah, nice. Aber Im-On-On, auch geil. Ohne Witz. Der gefällt mir richtig. Und ich weiß jetzt auch, wenn wir freischalten, wenn wir, also wenn wir daneben freischalten, ich Spoiler nicht, weil ich, ähm, weiß es schon, auch wenn ich, äh, die Spieler selbst noch nie hatte. LOL. So, jetzt digitieren wir auch nochmal hier. Hallöchen. Bam, bam, bam. LOL. Gut. Boah, schade, hätten wir jetzt getroffen, das wäre es gewesen, glaube ich. Boah, der spawnt das richtig schnell, das ist gut. Nice. Und tschüss. Bam. Da haben wir doch Agumon schon besiegt hier. Boah, mit Impmon. Ja, das ist richtig nice, das gefällt mir richtig. Ja. We win mit Impmon, nice. Gefällt mir auf jeden Fall richtig. So, jetzt machen wir mal hier Gilmon. Gilmon de Bilmon. Gut, alt, aber Gilmon. Aber wir sind... Boah, da müssen wir jetzt, glaube ich, gegen alle kämpfen, ne? Oder? Ich weiß halt gar nicht. Ich will schon mal, wie viel Damage wir geben direkt. Können wir die ganze Zeit vollspam, äh. So, wir switchen. Digi-Wall. Digi-Volution. So. So, direkt Double hier. Jetzt habe ich eine Facebook-Nachricht gekriegt. Mitten in der Aufnahme hier. Was soll da hat? Ja, der konnte überhaupt nichts tun, ey. Richtig krass, wie OP-Dings einfach nur ist. Einfach mal... Boah. Der kann mich überhaupt nicht berühren. Der kann schon wieder digitieren, ey. Heftig. Wie spamt den so kaputt, ne? Alter Schwele. Bam, dat wat. Dat wat. Da is er down. Da is er down. Ja, aber erste Runde, glaube ich, ne? Win. So, nächster. So, Bam, Bam. Bam, dann battlen wir den so weg. So, zack. So, und dann mach zack. Boah, das ist so nice, ne? So, jetzt digitieren wir auch. Natürlich wieder zum Blast Mode. Der macht auch Damage. Aber vom Feinsten, ja. Boah. Boah, da hat er aber ordentlich jetzt gekriegt, ey. Alter Schwede. Boah. Alter, macht der Damage. Das macht direkt wieder viel mehr Spaß hier. Zu zocken. So, Wemon. Wemon, als nächstes. Los, 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 los. Rumble. Okay. Wemon ist da schon wieder. Der geht sogar mit nem Headband in die Eisdinger rein hier. Da kennt der nix. Digi-Walt. Digi-Volution. Tsching, 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 tsching. Übel geil. Sofort verwirrt. Und nochmal. Und nochmal. Und wieder verwirrt. Haha, wie geil. Ja, das ist ja so OP. Evolution. Ding. Wir wollen uns natürlich auch nochmal hier digitieren. Ja, ne. Ist klar. Okay, schade. Nicht da reinfallen. Glück gehabt. Und Wemon fällt nochmal rein. Haha. Boah, da haben wir nochmal Glück gehabt. Bam. Nice. Boah, ich kann die aufladen. Boah, nice. Krass. Man kann die aufladen. Wie geil ist das denn, Mann? Geil. Nice. Nice. Boah, dann kann man bestimmt übelst fett eine Combo daraus machen. Digi-Walt. Digi-Evolution. Yeah, yeah. Ja, digitiert er sich schon. Oha, jetzt. Ja, jetzt mach ich das. Boah, nice. Boah, macht der Damage einfach nur. Dieses Digi-Mon macht einfach so Damage. So ein kleines Imp-Mon-Fieh, ey. Ah, toll. Mein Gott, komm jetzt runter. So. Punch ins Gesicht, ey. So, Runa. Krass, ey. Ich liebe dieses Digi-Mon. Das ist echt nice, Mann. Yes. Da ist das Mini-Game. Das Mini-Game. So, dann gibt es wieder hier das Schießen. Gegen wen ist denn das Schießen? Entweder gegen Agumon, Gagumon oder Patamon. Aber ich würde sagen Patamon. Patamon ist unser Gegner. Ne, egal wo, man. Joa, ist ja kein Ding, ne? Nö, 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 nö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Boah, da bin ich immer voll konzentriert hier, ne? Boah, der überholt mich hier, der Sack. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Boah, noch gewonnen. Nice. Boah, das wär jetzt aber was gewesen, ne? Wenn wir gegen den verloren hätten, ne? Weil jeder nicht mehr. Obwohl er ein bisschen... Ja, scheiße, ist so abfuckt, weiß ich nicht. Rammel. Bam, bam, bam. Bababam. Leute, da bin ich voll runtergeflogen, ne? Aber die Aue jetzt. Nicht. Oh... Bam, 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 bam. Aber sie kommt. Sie digitiert und kommt. Dö, 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 dö. Aber wir laden auf. Coolpower. Ja... Bum, 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 bum. Tut mir leid. Denn jetzt geht's dir an den Kragen, Freundchen. Oder eher gesagt, Fräulein. Los, ich habe aber abgewährt, deine scheiße Attack hier. Scheiße, ist klar. Boah. Und noch verwirrt, ey. Ai, 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 verwirrter Impenmon So We won this Nice Rumble Wurde er direkt hier verwirrt Lol, du kannst ja die ganze Zeit baggen Du kannst ja die ganze Zeit da rum baggen Nice Er kann gar nichts tun Er kann überhaupt nichts tun Lol Warte Ja man, das geht Und tschüss Boah, dat ist auch nice So, Batz Bam, bleib, geh da einfach rein Bam, down, da ist da down Da ist da down, 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 down So, Patamon, nächster Gegner hier Und Ja, dann haben wir Impenmon auch schon fast fertig Ey, dat geht ja rucki zucki Man kriegt die ganze Zeit aufs Maul Boom So Nein Scheißdreher So, nochmal hier Und Upsala So, Digi Evolution Einmal schön zu Belze, mon De, 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 de Digi Ja, jetzt digitiert er auch Digi Evolution So, Seraphimon Moin, gut Moin, gut Ja, ist klar Ist klar Ist klar, ey, General Komm runter Mein Gott, du feige Sau Warum treffe ich denn da niemanden? Ja, ist klar Alter Scheiß Map Scheiße da, ey Das ging mir doch nicht auf den Sack Äh, Patamon Ey, ich schwör Boom Aber ich stopp noch ne Runde, ne Das war, glaub ich, noch ne Runde Bin ich mir jetzt gar nicht wissend Doch Ja, noch ne Runde Bin ich mir jetzt bei der ersten Und kriegt direkt so'n Damage ab Bam Gucken, ob der runterkommt, die Muschi Oder ob der hinter mir kommt Boah, ist der doof Digi Evolution Da digitieren wir natürlich auch Bam Da hat er richtig Schwerd aufs Maul gekriegt Und ja, da würde ich sagen Meine lieben Freunde War's das für die Folge Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge wieder Tschüss Tschüss Tschüss